Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Bundesanleihen erwerben. Hierzu haben wir einen Blogartikel mit dem Titel Bundesanleihen erwerben, so klappt es geschrieben. Was sind Bundesanleihen? Als Bundesanleihen bezeichnet man Anleihen, die von der Bundesfinanzagentur emittiert werden. Banken und auch Privatpersonen können die Bundesanleihen zu einem bestimmten Nennwert erwerben. Es handelt sich um festverzinsliche Wertpapiere, die ähnlich wie ein Schuldschein funktionieren. So garantieren dem Inhaber der Anleihen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt die volle Rückzahlung des Nennwerts bekommen. Wenn Sie das Thema interessiert, klicken Sie einfach auf den Link in der Videobeschreibung, so gelangen Sie direkt zum Blogartikel und können sich alle Informationen sichern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem heutigen Thema Bundesanleihen erwerben, so klappt es.